Ich will alle noch sein, aber es ist ja auch die Bucher, was wir noch sagen. Maria, wir haben auch die Bezeichnung, die er geblüht, so schön mit ihr die Kuhl-Nähe. Das ist eine Frage. und die Buhre haben. Wenn wir uns über die Buhre haben, dass die Buhre haben, was die Buhrein zu kommen? Das ist in der Welt. Wir haben eine Sache, dass die große Böse der Böse der Böse ist in der Böse, die in der Böse, und in der Böse, die nicht mehr so sein kann. Wer hat ein Tag per 24 Stunden, Innsan herr loz eek din pula ho جاتا ہے. So, wenn die Lutta innsan ki sammhye aegi. So, phir Brahabi ki raktar ko rogna-numunki nahi hai. Lekin Brahabi ki Amat ki raktar ko unkom zurur kerasakte. Ki jo one day per 24 hours ki raktar te buđha vahampar kari ho ta hai. Is raktar ko am gha'ta ke agar. 12 hours per 24 hours per le jayen jah. 8 hours per 24 hours per le jayen. Tobe innsan bhoat deir tak Brahabi se duur raktar hai. A brahabi ko aapne se duur rukhne ka eek aafan cha raktar hai hai. Ki insan khush raiye. Tofakirat se jitna duur raiye ga aur jitna khush raiye ga. E bho muktelif tih jitna jitna. Ye zoruri ni hindi joo shaks tafakirat se duur raiye. Voh khush bhi ho. Or ye bhi zharuri ni hindi ki jyoh shaks khush hai voh tafakirat se duur bhi hai. Tofakirat se duur Rihne ka to aasan sa nuskha hai jis per jahan dharjuno mertabha guftugubi ke jis shaks ni etnay andar allah per berosah aur allah per tawakir bheida ter liya. Woh tfakirat se duur rukhya. Or ishi tera jis admi nye ye jans paariya abdi khushi haati kaisa ki jaya sakti woh phir sari ugat khush rehtah hai. Khushi paari ka arsan zrin matkha woh hai jom faqir logu choose kerti ki faqir saari om dousro me khushia matkha hai Das ist die Wahrheit. Er gibt alles mit anderen, mit einem großen Willen, mit einem großen Willen, mit einem großen Willen. Er ist frei, aber er bleibt, er ist frei. Er bleibt, er bleibt, er bleibt, er bleibt, er bleibt. Er ist ein sehr guter Ansatz, Das ist eine gute Frage. Aber hier gibt es also die Situation. Die einen Nabab-Sahab-Akir in den Phraan-Zummanen sind, die in den Zummanen, in den ersten Zeiten, in den Zeiten, die ein Nachbarnen und der Nachbarnen aufgelaufen ist. Und wenn er ein Kremi abhaut, dann wird er die Möglichkeit, dass der Kremi abhaut, dass er eine Hand zu bekommen. Er hat jemand auf den Kremi abhaut, er hat einen Kremi abhaut und er hat gesagt, ich bin ein Kremi. Er hat jemand vorhin gelegt, dass er ein Kremi abhaut. Er hat einen Kremi abhaut, dass er ein Kremi abhaut. Er hat einen Kremi abhaut. Und dann hat er sich in den Abadien gewohnt, und dann hat er sich in den Abadien gehen, und dann hat er sich in den Abadien gewohnt. Denn es war sehr vieles, und die Abadien war der erste Makan, die er gezeigt hat, hat er sich in den Abadien auf den Abadien geholfen. Das ist eine sehr, die Bedeutung. Der Abadien hat sich in den Abadien geholfen, und er hat sich die Frage, was er? So, Nubav Shahab hat gesagt, ich bin ein besagter und meine Geistung. Er hat sich sehr viel mit dem Bordel gesagt, dass er die Bordel-Bisem-Ill-All-Kirr-Ammung hat. Er hat sich die Bordel-Kirr-Ammung. 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 Und in der Körse der Körse war ein Körseger. Und eine Körsegerin war eine Körsegerin. Das war die Körsegerin. Und in dem der Körsegerin war sie. Sie hat die Körsegerin gesagt, ich habe diese Körsegerin, diese Körsegerin. Ich denke, Sie haben diese Körsegerin. So, Nawab Sahab hat diesen Körsegerin gesehen. Er hat diese Körsegerin gesehen. Der Körsegerin war ein Körsegerin. Der Körsegerin war der Körsegerin. Nawab Sahab hat diesen Körsegerin gesehen. Er hat gesagt, mir, ob wir uns in der Schmutzung kommen können. Er hat gesagt, dass er das hier ist. Er hat die Namaab-Sahe gesagt, dass er die Gaddah-Namaa-Sahe geöffnet hat. Er hat die Namaab-Sahe gesagt, dass er die Gaddah-Namaa geöffnet hat. Er sagt, ich habe nur ein bisschen was hier. Er sagt, wenn wir diese Hunde auf den Kammel aufbauen, dann geht es. Es ist so ein bisschen was hier. Er hat sich nicht mehr, was er nach dem Boden zu verletzen. Das ist eine große Herausforderung. So, die Sache war, dass die andere Menschen mit dem Glück haben, dass sie die Glück haben. Deshalb ist der Fakir, wenn Sie sehen, dass sie sehr lange umgekehrt sind. Das war der Bapak Farid Anshakar. 95 Jahre alt war er war. Das ist eine andere Sache. Und es ist auch so, dass es auch so ist, dass es 73 Jahre alt ist, dass es 63 Jahre alt ist. Ich bin ein Fakir-Roch-Sophie. Das ist eine Sache. Aber wenn man die Behalseit zu halten, dann ist es mir in der Grunde genommen, aber wenn man die Behalseit zu halten, dann ist es mir in der Grunde genommen. Ich habe mir gesagt, dass ich eine Nischung habe, um eine Halt zu machen. Ich habe eine Nischung, um eine Halt zu machen. Ich habe gesagt, dass ich das nicht so machen kann. Aber dann habe ich mir die Halt zu verlassen. Ich habe mir auch eine Nischung, um eine Nischung zu machen. Ich bin ein paar Jahre alt, als ich in den Zaheim bin bin, ich bin in den Zaheim. Ich bin in den Zaheim. Ich bin in den Zaheim. Wenn ich mit dem Murschid und den Schadeten in den Zaheim bin, dann bin ich mit dem Murschid. Ich bin mit dem Murschid. Ich bin mit dem Zaheim. Ich bin mit dem Murschid. Wenn ich vom Zaheim bin bin, ich bin mit dem Murschid, dann bin ich unter den Zaheim. Ich bin mit dem Zaheim. Ich erkläre, dass ich wirklich mit der Zaheim bin. Ich bin bei ihm. Mein Zaheim hat viele Zeige. Fucking. Das ist eine Rischung für die Rischung. In our Nahar-Mahriyaan-Nahar, anam ein Fakir, der Aram, anam ver moverte, der Namibhav, Dada Karnadullah alai sahab. Die Anam, die Anamikin Karnad, eine Anamikin Karnad, dass sie ihre Leben die Anamikin, die Dada sahab, die Anamikin Karnad, die Anamikin Karnad. Und wenn die Anamikin Karnad, die Anamikin Karnad, die Anamikin Karnad, die Anamikin Karnad, Das ist eine große Herausforderung. Er sagt, dass mein Vater hier ist, dass mein Vater hier ist. Er sagt, dass mein Vater ist. Aber die Leute, die in ihrem Leben leben, die in ihrem Leben leben, die in ihrem Leben leben. Aber die Menschen haben einen Grund, die Menschen mit dem Herrn Abul Fadal, Mohamed Hassan. Aber die Menschen haben die den Gelegenheiten, die Menschen in der Kirche verletzten, haben sie die Menschen, die Menschen, Es war ein besonderes Wipra, das mit der Erkrankung des Erkrankten. Die Wipra, das ist der Erkrankung des Erkrankten, das bei der Erkrankung des Erkrankten. Die Angriff. Unka ein paar مشroor فرmanen Mureed Kiefer Sibse Bhehdar Amal Aapne Murchad ki Raza Joi hai Aapne Murchad ko Razi Ruchte Das ist eine große Hikmete, wenn wir es nicht mehr tun können können. Wernher, Mursid-Bechare, das ist auch ein Mensch. Das ist ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch, wie ich und ich bin. Lekin وہ hikmet ہے ان کی bade جرام Raghzat Abul Khasohan Ghani sahab بات کہ جب ہم Mursad Kji Raghzai Joi کے پیچھ جوٹ کے رہے تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے خوش کل بات یہ ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی ان کی بات کو پیلا چون طرح مان لے ہمیں اتنے اولاد میں بھی وہی بچہ سب سے اچھا لگتا ہے جو ہمارے کسی بات کی کہنے کے جواب میں وہ کیوں قوت کیسے کس طرح اس طرح کے سوا نہیں کرتا بلکہ بغیر کسی بات کے آکھ اس کے دل کے قریب بولی آئے گا تو مرشد کے پاس جو بہترین علم ہے وہ اپنے اس مورید کو transfer کرے گا اس کے پیشے ایک حکمت ہے اور مرشد اگر وہ صاحبی علم ہے اور کامل ہے تو کیونکہ عام طرف وہ ہوتے ہیں تو ان کے پاس تو علم کا ایک خزانہ شبہ ہے وہ خزانہ transfer کرتے ہیں اپنے مورید کو وہ مقام پھر وہ حاصل کرتا ہے اس کو دنیا دیکھتے ہیں کیونکہ شیخمت ہے جو گردانی صاحب نے بات فرمائی تھی لیکن جاتا صاحب کے مرشد بھی بہت ہی اعلی مقام کی ہیں جناب حضرت فضل محمد بن حسد ان کا تو بیعت کا سلسہ ہے وہ جناب حضرت جنیل بغضازی رہمتزار حساب سے ملتا ہے اسی لئے جو لوگ واقف ہیں واقف حال ہیں وہ جناب داتا گنگ بخش رحمت اللہ علیہ صاحب تو سلسہ ہے جو نیدیہ سے جوڑتے ہیں کہ جناب داتا گنگ بخش رحمت اللہ علیہ صاحب تو سلسہ کیاکہ بلا آفر جناب علیہ بناند بغضازی رحمت اللہ علیہ صاحب سے ملتا ہے جو نصب سے وہ جناب امام حسن رحمت اللہ علیہ صاحب نصب سے ملتا ہے اور خود Ich habe eine Geschichte zum Aslan des Talies Karmel-Lawrjohm überprüft. Ich habe eine Geschichte im Talies Karmel-Lawrjohm überprüft. Hier habe ich eine Geschichte über die Talies Karmel-Lawrjohm überprüft. Ich habe eine Geschichte über das Talies Karmel-Lawrjohm überprüft. Hier ist mein Leben. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist eine große Herausforderung. Er hat gesagt, dass er eine Frage zu den Jenaam-Hadrath-Dalik-Karman-Vajjohen ist. Er hat sich gesagt, dass er Jenaam-Hadrath-Dalik-Karman-Vajjohen ist in diesem Land. Wenn er Jenaam-Hadrath-Dalik-Karman-Vajjohen ist, dann ist er eine große Herausforderung. Er hat Eich-Hadrath-Dalik-Karman-Vajjohen. Er hat die Frage gestellt, dass er Jenaam-Hadrath-Dalik-Karman-Vajjohen hat. Er hat die Sagen in diesem Land mit der Erksteilung der Erksteilung. Dann sind die Bescheid. Das ist die Jerusalem, die Jerusalem, der Unterlieck-Arab warst. Das ist die Jerusalem, die Jerusalem, die Jerusalem, die Jerusalem, der Gemeinschaft. Er hat die Jerusalem, die Jerusalem, die Europa, der Welt, die sich so stark und stark und stark ist. Er sagt, dass das Flüge anbieter wird. Das bedeutet, dass das Flüge anbieter wird. Er hat die Flüge anbieter von Flüge anbieter. Das ist die Wasser, die beiden und die Räden sind, so viel stärker wird. Die Wasser ist die Wasser, die von den Bädeln sind. Und die Bädel sind die Sura-Ki-Tapish. Der ist eine der Quart, die mir lebt, die piensierungen aus der Quartialität wurden. Wenn die Pfeile gingen, die Pfeile des Quart. Es hat sich die Pfeile aus der Quart, dass dann die Pfeil der Baute gegründete wurden. Der Pfeil des Quart mit den Pfeilen, wie in die Pfeil des Quart. Das kann die Pfeil des Quarts mit den Hör, die Hör und den Hör. Das heißt, die die Hauksemitar und die die Hauksemitar und die die Hauksemitar. Das ist die Erhöhung von der Erhöhung. Die Erhöhung von den anderen, die er aus dem Namen, der Gott veröffentlicht wurde. Und diese Erhöhung von der Erhöhung wurde, der Gott hat uns schulden. So, das ist der Erhöhung von der Erhöhung von der Erhöhung von der Erhöhung. Das ist der Erhöhung von der Erhöhung von dem Herrn R.a. Das war die Erlöser, die Erlöser und die Erlöser. dass sie kaum zu sein können. Das ist der Fall, dass man nicht mehr so zu sein kann, dass man nicht mehr so zu sein kann, dass man nicht mehr so zu sein kann. Und wenn man ein paar Augen öffelt, dann wieder so ein Neues. Das ist das Problem. Es ist ein wenig zu sein. Das heißt, wir haben kaum zu essen und kaum zu essen und kaum zu essen. Dann haben wir hier sehen, dass es ein Murschid, die wir hier gebildet haben, und die Trabriere zu haben, dass wir hier ein Murschid haben, Und jetzt geht's es auf der Abung des Herrn Dr. Dathakhin, der Herr Dr. Dathakhin. Das ist ja sie entstiert. Das ist die Bibliothek der Kibla zu tun, das ist eine Geschichte. Und sie hat Dathakhin, die Dathakhin in Erwartung des Herrn Dr. Waisen. Der Herr Dr. Dathakhin, 25 Jahre alt war er. Das war die Ausbildung, der Ruhm-Zahir, die die Nase der Nase der Nase der Nase des Ausbildes. Das war die Ruhm-Zahir. Er war die Worte des Kibla-Zahir. Denn die Ausbilder-Zahir, die die Nase des Kibla-Zahir, die die Nase der Nase des Kibla-Zahirs, Das ist eine Art von der Kibla-Kibla-Kibla. Sie ist ein bisschen von dem Jannoum. Das ist eine Art von der Kibla-Kibla. Wenn Sie nach dem Jannoum über die Nachbarnen sprechen, dann können Sie von der Jannoum und der sich das von der Jannoum sehen, dass sich die Jannoum der Jannoum im Jannoum im Jannoum. Das ist ein Wettbewerb. Jahaan deil jamm jahe, وہa un sahabike saath bahrt bradargie, saal 6 mahine. Is darren aapko fester kli jaega, kye quei aap zahir kiosos matasir gunganusse, sahibilm to nehe samjhe uges. Jep saal 6 mahine ke baat bhi aapka del maha jammah rejahe, Dann gehen wir wieder auf den Verkauf. Die Verkauf hat nicht gegeben. Wir haben eine Verkaufnahme im Verkauf, wenn wir die Verkaufnahme haben, gehen den Menschen mit ihnen, und gehen zu ihnen, und bekannte ihnen, und die Verkaufnahme haben. Das ist nicht verkauf. Die Verkaufnahme ist nicht gegeben. Musstabine für Verkaufnahme wurde, Beidt werden Sie nicht in Ordnung. Gehen Sie dort in Ordnung. Sie bleiben dort. Sie bleiben dort. Sie bleiben dort. Sie bleiben dort. Also, wenn Sie die Zeit, gehen Sie dort. Dann gehen Sie dort. Das ist die Wahrheit. Das ist eine Sache, die Menschen, die sich in die Welt zu erlangen. Wenn die Menschen die Menschen, die Menschen, die Menschen zu erlangen, Das ist ein Schumacher, der sich die Gefühle verletzt hat, die andere Dinge verletzt werden. Wenn man kaum zu essen hat, dann wird das Schumacher nicht verletzt. und ein Mensch zu gehen. Wir haben das nicht. Es ist ein Mensch, die Mensch zu helfen. Wir haben das nicht. Und es ist ein Mensch zu schütze. Es ist ein Mensch zu schütze. Es ist ein Mensch zu schütze. Wenn du reist bist, wenn du reist bist, du nicht in den Ratschland hast, dann würde du in der Ratschland verliehen. Oder du freistest du reistest. Das ist die größte, die in den Ratschland in den Ratschland, die in den Ratschland, die in den Ratschland auf der Ratschland, die in den Ratschland, die in den Ratschland, Der Grunder der Biber mehrere Leute mit ihren Verhältnissen und die Biber animierten auf psychologyen, wenn es selbst las negro� tasting, die diese hier leben. Wenn es für alle Cecil gelassen ist, dann könnt ihr hier kunden undniafen kann, bei einem liftinglov n saysst, Das heißt, dass es sich in der Welt der Welt zu verletzen ist. Es ist eine andere Art, die Menschen in den Momenten sind, wenn sie die Leute sprechen können. Und es ist etwas passiert. Sie gehen in solchen Situationen, Das ist die Wahrheit, die Wahrheit und die Wahrheit und die Wahrheit und die Wahrheit. abne zohr ko schupata aapne ibalat ko schupata aapne zikr ko loge se schupata aapne zikr ko loge se chupata aapne loge je ne kahe nye koj nega anmi hai is ki bhoat se loge aapne zahir ko aisa banae ragtae hain ko loge dhuga ghai hain ko bhoat dunia dar aapni hai Die Zohrt sind die Zohrt. Und auf die Weg in der Zeit im Bauch, sich die Menschen mit diesem Bauch verdenken. Die Menschen in diewszym, sich die Menschen in den Bauch angeht. Das ist eine große Herausforderung. Wenn man einen Punkt verraten kann, dann kann man einen Punkt verraten. Deshalb ist es, dass alle Menschen die drei Dinge, die andere Dinge, die andere zu verraten sind. Man kann man verraten. Wenn man nur nur einen Punkt verraten kann, dann kann man nur einen Punkt verraten. Ich habe nur eine Runde bekommen, und ich habe nur eine Runde bekommen. Das ist der Einzelnen. Ich habe dann gesagt, dass er 7 Euro aufgericht wird, das ist passiert. Es passiert. Wenn ich ein paar Wochen zu essen, dass ein Mensch in die Menschen, in der Zeit bleibt, wird nicht mehr verstanden. Er sagt, dass sie alle Leute, die die Geschenk-Bismillah, die die Menschen, die Menschen in die Hände, Und dann hat er die Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl. Und dann hat er die Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl. Und dann hat er die Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl. Und dann hat er die Kuhl-Kuhl-Kuhl. 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 Und dann hat er die Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl. Und dann hat er die Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl. Und dann hat er die Kuhl-Kuhl. Und dann hat er die Kuhl-Kuhl. Und dann hat er die Kuhl-Kuhl-Kuhl. Und dann hat er die Kuhl-Kuhl. Und dann hat er die Kuhl-Kuhl. Und dann hat er die Kuhl-Kuhl-Kuhl. Und dann hat er die Kuhl-Kuhl. 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 Dann treats Ihnen mehr, Und wenn Sie diese Needs und die Überflügel-Leute bekommen, dann können Sie diese Needs und die Überflügel-Leute tun, dann können Sie sich diese Dinge umsonstern. Sie haben auch die Neid und die Neid und die Überflügel gemacht. Die zweite Frage ist, dass die Herr-Teil von Gott der Überflügel-Leute die Verkaufnahme des Menschen, die Menschen in den Wettbewerden sind. und wie sie schüppeln können. Das ist eine gewisse Sache, eine gewisse Sache. Was ist das, was die Zikr-Kranjee ist? Wenn man die Firste ist, wenn man die Zahein hat, wenn man die Zahein hat, dann wird die Zahein sein. Aber die Nafli-Hibadat haben wir, sie können die Zahein sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben eine Art und Weise, die wir uns über die Wahrheit verletzen. Wir haben unsere Hübazen-Hübäine, die sich selbst verletzen. Wir haben unsere Barsai-Hübäine, die sich selbst verletzen. Das ist unsere Wirkung. Und es ist unsere Chance, dass jemand einen Begriff hat, und er hat sich, dass er eine Begründung, dass er eine Begründung von mir auf die Abwechslung ist. Ich habe das Herr Saab-Sahab gesagt, dass Sie mir die Abwechslung haben, dass Sie mir die Abwechslung haben. Das ist die Bibel. die Menschen in den letzten Jahren in den letzten Jahren können Sie jetzt, wie sie. Es ist sehr einfach, dass wir keine Verlust des Mühres haben, keine Gedanken zu können. Wir haben keine Gedanken zu haben, wir haben keine Gedanken zu haben, Aber wir schauen uns nicht mehr, aber wir schauen uns nicht mehr. Wir gehen nicht mehr, wir gehen nicht mehr, wir gehen nicht mehr, wir gehen nicht mehr, wir gehen nicht mehr. Wenn wir diese Dinge überprüfen, dann sehen wir die Aufmerksamkeit, dass wir die Nafs nicht mehr übernommen können. Das ist eine große Herausforderung, das ist eine große Herausforderung. und die schlicht und auch das 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 die ist das 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 schlicht Er ist eine Untertitelung. dass ihr das auch nicht so oft habt. Keine Leute gehen, Dinge, Dinge, und Leute gehen. Da das auch keine solche Hajo und Rache, die ihr überhaupt nicht sehen, wie es der Dada hier kommt. Das habe ich jetzt. Ich habe die Hauden, die sich die Allah-Allehi-Allehi-Allehi-Allehi-Allehi-Allehi-Allehi-Allehi-Allehi-Allehi, die in der Leben die Dinge, die wir in der Leben sein können. Das ist ein das Kammal-Allehi-Allehi-Allehi-Allehi-Allehi-Allehi-Allehi-Allehi-Allehi. Er hat sich sehr, 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 sehr. Schaach-sabh kutat hat er gelte, derche er, unka davaar hier beten, »Main aftabnil bhaai huu, bhaai ist tabi meini tilbou.« Hier aate te maan, und dunia bhi dvaai karen. Schaach-sabh is bhaat se drzete, dass er dunia ki dvaa keraai jahe. So, ein paar, In Sahab, in Shah Sahib, کہا, کہ, Sahab, Baha, Muschka, in Mnuchung, Dua, So, Mane, Şah Sahib, die Treni, die Haan, so, mir ist das, da, die Haan, die Haan, die Haan, die Haan, die Haan, ki alles, toe, viel Haan, Keinn, to, jawaf 앞 После H Villa, die Haan, da, Jetzt irgendwann wieder einmal, die Haan, Und dann sie wieder einmal auf der Hand nehmen. Und dann hebe ich die Hand auf dem Lassen. Ich habe nichts, ich mache, ich gehe nicht. Ich habe die Hand, ich sage, ich gehe nicht. Ich habe die Hand, ich habe keine Hand. Sie haben mir eine Verkaufgabe gesagt, dass ich, ich habe mich mit einem anderen Mal gefragt, dann habe ich das anwesend. Und er hat gesagt, warum? und ich werde mehr sagen, was bin ich wirst, ich werde mehr im Fluss im Fluss. Ich hab mit dem Fluss. Ich werde das mit dem Fluss und der Fluss. Ich werde das mit dem Fluss und der Fluss. Ich werde das mit dem Fluss einfluss. Ich habe mich über das Leben gemacht. Ich habe mich mit dem Hussergen, Schengen und Buddha. Ich habe mich mit dem Hohad-Adech-Adech-Adech-Adech-Adech Ihrem Haar-Reich-Pakten-Sharief-Sein geholfen, und ich habe gesagt, ich habe mir gesagt, ich habe mir gesagt, ich habe mir gesagt, ich habe mir gesagt, das ist ein Einziger. Und dann ist das sehr viel. Das hat sich in der Zeit geholfen, weil wir uns wieder zu Hause sind. Wir waren in der Zeit, die uns in der Islam-Bad waren. Die Fahrt war der Fahrt. Die Fahrt war mir der Fahrt. Die Fahrt war mir der Fahrt. Die Fahrt war der Fahrt. Und dann war ich in der Kamm. Die Fahrt war der Fahrt. Die Fahrt war der Fahrt. und dann hat er uns auch gesagt, wenn man einen einen gewissensten Teil hat. Er hat gesagt, dass er ein Konflikt zu verstanden hat. Er hat die Zeit, sie war erlös. Das war er, in der Mitte der Rede war. Ich habe gesagt, dasselug Ustab, den Brashe mit den Hohdr das war. Dann hat er sagte, dass er um ein Konflikt zu verstanden hat. Er hat einen Konflikt zu verabschieden. Er hat er gesagt, dass er es so verstanden hat. dass ich mir selbst schüttet, dass ich mir nicht mehr schüttet habe, aber ich habe mich nicht mehr schüttet, aber ich habe mich nicht mehr schüttet, sondern ich habe mich nicht mehr schüttet. Das war eine Balance. Das war eine Balance, das war, Das ist eine gute, 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 gute. Inshallah, Dada. Next Sunday. Beskartes und Wissabla. Das ist Assalamualaikum.